Guten Abend, John Ziegler. Guten Abend. Seit Monaten werden gigantische Summen aufgebracht, um die Finanzkrise in den Griff zu bekommen. Immer neue Rettungspakete. Ist das der richtige Weg? Ich glaube, es muss etwas getan werden, damit die Banken nicht zusammenbrechen, damit das ganze europäische und Weltfinanzsystem nicht zusammenbricht. Aber was absolut störend ist für die Bürgerinnen und Bürger unserer demokratischen Staaten, die ja dann schliesslich am Schluss die Schulden bezahlen müssen mit Sozialleistungen, die herabgesetzt werden, wahrscheinlich auch mit höheren Steuern. Was für uns normale Bürger absolut skandalös ist, ist, dass die Staaten, die Regierung in Berlin, die in Paris, also die grossen demokratischen Regierungen, die machen keine Auflagen für die Banken. Was nicht klappt, das ist die psychologische Haltung der Regierung, die sich immer wieder erpressen lassen. Herr Ackermann aus St. Gallen, deutscher Bankchef, heute, der stellt seine Forderungen an Berlin und die Bundeskanzlerin der lebendigsten Demokratie wahrscheinlich auf diesem Kontinent, der dritten Wirtschaftsmacht der Welt, knickt ein, jedes Mal, wenn der Herr Ackermann anruft. Da müsste ein grundsätzlicher Mentalitätswechsel stattfinden. Sie sprechen von Bankenbanditismus, da würden Sie wahrscheinlich viel Applaus bekommen bei vielen. Und trotzdem wird dieses System grundsätzlich kaum infrage gestellt, auch nicht in der Krise. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube, Ihre Aussage stimmt nicht, wenn ich das sagen darf. Die Menschen hier sind sehr, sehr beunruhigt, haben ein absolut total schlechtes Gewissen. Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind auf der Welt. 37.000 Menschen sterben jeden Tag am Hunger. Und eine Milliarde von den 6,7, die wir sind, sind schwerst permanent unterernährt. Auf einem Planeten, der vor Reichtum überquillt. Und diese Weltordnung, die wird von der neuen Zivilgesellschaft, allen diesen sozialen Bewegungen, die es in unseren demokratischen Staaten, vor allem in Europa, in Deutschland gibt, radikal heute infrage gestellt. Im Moment, wo wir reden, sterben Zehntausende von Menschen in Ostafrika. Warum? Weil das Welternährungsprogramm der UNO, das für die Soforthilfe zuständig ist, die Hälfte seiner Einnahmen verloren hat. Weil die Industrieländer zahlen der UNO nicht mehr, weil sie Dutzende von Milliarden ihren maroden Banken bezahlen müssen. Das wissen wir in der europäischen Öffentlichkeit. Das wissen Millionen Deutsche, Schweizer, Franzosen. Und auch wenn sie nicht auf die Strasse gehen, auch wenn es keine Revolution gibt in den Strasen, von Paris in Rom, in Genf sowieso nicht und in Paris, es ist eine ganz tiefe Unruhe, ein ganz tiefer innerer Bruch da bei den Menschen des Westens mit dieser kannibalischen Weltordnung, die beherrscht wird vom Bankenbanditismus. Und eines Tages gibt es, eines Tages wird es den Aufstand des Gewissens geben. Eine Menge Denkanstöße aus Genf. Vielen Dank für das Gespräch, John Siegler. Ich danke Ihnen.